Oh, ich habe, glaube ich, einfach weiter gedrückt. Oh mein Gott, ist das laut! Hä? Was passiert hier? Stopp! Wie komme ich nach Hause? Weiß jetzt natürlich nicht, gibt es jetzt so eine klassische Anfänger-Klasse? Das vielleicht auch nochmal vorab. Ich bin jemand, der oft vergisst, sein Schild oder sowas hochzuhalten. Aber das ist natürlich auch einfach muscle memory. Ich würde jetzt, wenn das für euch okay ist, mit dem Krieger anfangen. Baba Kalle. Oh, sowas nervt mich immer. Also, ich bin ja so jemand, der so Charakter-Erstellung überhaupt nicht fühlt. Gut. Das ist doch geil. Spielen wir mit diesem Charakter gestartet? Fortfahren, ja? Hat das eine Story und juckt das irgendjemanden oder wollen wir einfach zocken? Zü, zü. Okay. Moin. So, den kann ich irgendwie angucken, ne? Ah ja, das ist dieser Krabbler. Kann ich den überhaupt besiegen? Ah! Oh, Scheiße. Nee. Nee. Das ist jetzt kein Tod. Oder? Das ist jetzt kein Tod. Also, da würde ich jetzt VAR. Flasche mit Purpus drehen. Da habe ich auch ein Schild. So, okay. Verlorene Gnade, Nick. Zü. Ah, das hat aber nicht... Ah, nein, ich saug schon wieder. Yeah. Oh. Zack, zack. Zü. Ist mein Talent. Verstehe. Oh, nein. Nebel heißt immer, äh, Dings, ne? Aufs Maul. Zü. 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 Direkt gefickt. Wird das ein No-Death-Run? Ja, wahrscheinlich. Soll ich das machen? Mach ich das schon? Oder ist uncool, jetzt das zu machen? Eine Ladung der Flasche mit Purputrin wurde hinzugefügt. So. Und jetzt bin ich schon direkt überfordert, weil ich sehe da diesen gelben Baum. Und ich weiß, hier vorne ist dieser Reiter, den man nicht schafft. Und ich weiß auch, dass ich hier hinten links irgendwie hingehen kann, um irgendwie so ein bisschen was zu sammeln. To the path you are meant to follow. Even if it leads you... Ich weiß nicht, was er mir jetzt erzählt hat. Ich kann auch hier so bestimmte Sachen pflücken. Irgendwo kann man was pflücken, Arminer. Hier. Mal her, hier. Zü. So, ich muss mich einfach ein bisschen an die Steuerung so gewöhnen. Deswegen verklopfe ich die rollenden Schafe, Digga. Ha! Ha! Sö, 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 Sö. Ich weiß nicht, ob das das richtige Spiel für mich ist. Ich bin hier auch so ein schreckhafter Boy. Oh, ich bin nicht bei meinem, Digga. Oh, normal. Oh, der Dodge. Einfach on point. So, das ist ein Kicks. Fresse. Sö. Alter, das war ein Premium Dodge. Habt ihr es gesehen? Ich glaube, das war so ein S-Tier-Dodge, den ich gerade gemacht habe oder so. Wahnsinn. Oh. Nein. 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 Knabe Malz. Knabe Malz. Welcher Knopf? Ach, die Schande. Ich drücke doch ausweichern. Oh, Knabe Malz. Oh, Mann, ey. Oh. Ja. Oh, nein. Nein. So, Knabe Malz. Ruden holen. Was heißt das? Ach so, ich muss zu meiner Leiche und die Punkte da holen, ne? I am Melina. Moin, Melina. I offer you an Accord. Du hast was am Auge. Wo mach ich jetzt? Scheiße, jetzt hab ich nicht aufgepasst. Ah. So. 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 Aua. Hat das mir getan? Ey, es reicht jetzt. Ah, ich bin angegriffen. Jackson, bitte, geh zurück in dein Zelt. Wint ihr das? Wenn so Leute, bevor sie auf eine Taste drücken, die Tastatur oder auf den Controller gucken und dann sich so fragen, so, wo war jetzt nochmal die Taste A? Oh, da. Und dann drück ich da mal drauf. Dumm, Alter. Wenn du kein Gamer bist, bist du kein Gamer. Äh, ich brauch jetzt mal Sturm, äh, Schwarmintelligenz. Geh ich jetzt hier lang oder zurück? Ansonsten fick ich den jetzt. Komm her, Junge. Au. Warte mal. Time out. Time out. Ich muss einen trinken. Knabe Malz. So. Und deinen Freunden auch. Ja, du bist hässlich wie die Nacht, Junge. Irgendwie seid ihr so Billo. Es gibt so ein Problem, was ich mit diesem Spiel habe. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Das würde mich jetzt noch richtig ficken. Oh, ja, ihr seid gesandt, ihr Kneipp-Bitches. Oh, ich kann sprengen. Soll ich aufs Maul gehen? Aua, 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 aua. So. Schön. Ja, mein geiler Kampf. Habe Malz in den... Aua. Digga, wer bist du denn? Oh, ha, ha, ha. Wow. Oh, scheiße. Ich muss halt saufen. Merk. Oh, nee. Alter. Der hat mich richtig abgestochen. Also, ich bin so excited. Alter, hast du gesehen? Ich bin voll um den rum. Ich meine, das Spiel ist jetzt irgendwie zwei Jahre halt oder so. Und ich komme jetzt damit, weißt du? Es ist halt immer das Gleiche mit mir. Ich bin so ein Bastard, Alter. Ich schaffe die doch gar nicht. Sü. Was ist bei dir los? Warum liegst du? Aui. Aui. Ah, warte mal, warte mal. Okay. Ja. Aua, das tut weh auf mein Kopf. Bruder. Die anderen chillen da hinten so auf Lock. Nein, ich schaufe immer zwischendurch. Das kopf mich an. Mann, ich will immer... Oh, nee. Die, bitch. Nein, 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 nein. Scheiße. Willst du jetzt telefonieren? Oder willst du... Ah, ah. Du darfst dich nicht töten. Ich muss noch meine Perlen einsammeln. Erst mal die Dinger hier einsammeln. Viel wichtiger. Drei... What? 4000? Unnormale Knete, ey. Jetzt könnt ihr wieder da sitzen und sagen, Herr Kalle, es wurde doch alles vorhin schriftlich erklärt. Ich kann nicht lesen. Alter, wieso fackelt der mich ab? Bist du noch bei Trost? So. Aber die Animations, ne? Da haben sie sich was einfallen lassen bei dem Spiel. Ja, das ist auch gleich viel leichter, wenn man mehr Schaden macht, Walla. Wer bist du eigentlich? Alter, ich hab Asche gefunden. Ey, für mich ist alles amazing gerade. Egal, ob es jetzt cool ist oder nicht. Für mich ist gerade alles klasse. Ach so, das trifft jetzt oder was? Ich sitz so auf den Arsch. Was, du wirst so abgestocht? Wen hast du angerufen? Hast du jemanden angerufen? Du wolltest dich nur anstreinen, ne? Du kleiner Pimmelberger. Ey, das ist so ein Pferd, dass du so schnell angreifen kannst. So ein kleiner Pisser, alter. Nein, 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 nein. Ach, ich vergesse immer, denn du brauchst gar nicht so zu gucken. Moin, Leute. Oh, shit. Ich dachte, ich fick die so auseinander, ne? Ja. Ich würde euch mal kurz gerne verprügeln. Wait, 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 wait. Nicht hauen jetzt. Alter, mit dem Pferd in meine Fresse. Ruhen, meine Steine, Digger. So. Und dann haben wir ihn. Ja! Oh mein Gott. Das ist doch spannend. Weil wenn er erstmal liegt, dann liegt er. Dann haben wir ihn auch. Macht das vielleicht einfach Sinn, gegen den Reiter auf dem Pferd zu kämpfen? Nicht dödel? Warum kämpfe ich nicht auf dem Pferd? Warum hat mein Pferd überhaupt Hörner, Alter? Mein Pferd ist gar kein Pferd, irgendwie. Ey, 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 ey. Aber ich kann nicht dutschen! Ich habe mal eins in den Eid. Woo! Sechsen-Five. Nein, 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 nein. Ja, okay. Junge, wie viele kommen denn da noch? Das hört ja gar nicht auf. Er hat jemand angerufen. Nein! Okay, laufen! Alter, ich habe noch nicht ein Bossfight gemacht. Wie soll das denn gegen Bosse werden? Ich habe nur so das Gefühl, das war jetzt alles so voll useless, was ich da gemacht habe. Außer, dass ich natürlich jetzt ein bisschen leveln konnte. Und ein bisschen auf das Spiel klarkomme. Also manchmal haut er halt zu und dann weiß ich nicht, warum der mich haut. Ah! Oh, ich dachte, du willst mich stechen, Digga. Nicht stechen. Ich bin stärker. Ah! Ach so, jetzt habe ich erst die Karte bekommen. Ja. Okay. Cool. Ja, ich hatte sehr viel Spaß. Ich habe Bock. Ich habe richtig 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 Bock.